Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz des Tages. Von uns ist der Winter. Heute ist der Samenbankwitz. Moment, jetzt sind wir weiter. Liebe Leute, Grüße zum Witz des Tages. Wir passen jeden Tag. Heute ist der Samenbankwitz. Und zwar ist der von Thomas Feldmann. Und ich grüße von Ihnen den knappen Otto und das Boltzmann-Kommando. Und Herr Thorsten hat mir jetzt über E-Mail geschickt. Könnt ihr auch? Und der Samenbankwitz, der geht so. Wie verabschiedet sich eine Empfangsdame in einer Samenbank? Danke fürs Kommen. Wie verabschiedet sich eine Empfangsdame von einer Samenbank? Danke fürs Kommen. Und Erklärung. Eine Samenbank ist keine Bank, wo Geld ist, sondern Sperma vom Mann. Und die Männer gehen dahin, gucken sich Pornos an und rubbeln sich einen ab und machen in Becher. Und dann kommen sie und verkaufen. Dann kriegen die irgendwie 50 oder 100 oder 200 Euro dafür. Weiß ich nicht. Und meistens machen das Studenten. Und dann kommen sie. Ja, das Kommen heißt, sie spritzen ab. Und dann sagt sie dann, wenn sie gehen, danke fürs Kommen. Okay, zack. Bitte abonnieren.